Hallo und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2 mit dem Let's Play. So, letzte Mission, dem haben wir ja die Captain Flint erschossen. Und nun machen wir die Symbiose-Mission. Aber wir sammeln erstmal kurz die Audiologs ein, die hier rumliegen und dann machen wir die Symbiose. Das wird also in dieser Folge passieren. Ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen die Aufnahmeeinstellung getestet. Wie man sieht, habe ich dann auch ein bisschen Waffen eingesammelt. Aber ich habe jetzt keine Mission gemacht, sondern nur mit der Aufnahme ein bisschen rumgespielt. Damit ich da auch ein bisschen bessere Geschwindigkeit rausziehen kann und das Bild und Ton halt etwas besser wird. So, das habe ich also das jetzt gemacht. Jetzt gehe ich mir eben schnell noch die Sachen verkaufen. Und dann legen wir auch schon wieder los. So, das Gewehr werden wir erstmal verkaufen hier. Bis auf mal so zwei Pistolen und halt nur das Scharfschützengewehr. So. Moment, ein bisschen Munition noch kaufen für das Scharfschützengewehr. Dann holen wir uns mal die ersten Loks, die hier rumliegen. Wird ja zum Glück auf der Karte angezeigt. Da müssen wir nicht so viel suchen. Das ist der Vorteil, ja. Darf man so einen... Hm, okay. So. Oh, Fledermäuschen. Und Abenhauern. Lücheln zusammen, wie geht's denn so? Hier ist Jack. Keiner bewegt sich. Was bedeutet das? Äh, Verzeihung, wie war noch ihr Name? Pierce. Also, Miss Pierce. Und bitte brechen Sie mir jetzt nicht das Herz und sagen, dass es Mrs. Pierce heißt. Dieser Zug gehört nicht Ihnen. Würden Sie sich bitte umdrehen und mich ansehen, meine Hübsche? Dieser Zug wurde rechtmäßig requeriert unter... Heilige Scheiße! Was ist denn mit Ihrem verfickten Gesicht passiert? Ja, es gibt also die Hintergrundinformationen preis, ähm, wie wir auf den Zug gekommen sind und was wir auch da wollten, dass uns diese Mrs. Pierce angeheuert hat. Wir hatten eben noch wieder eine Schatzkammer zu finden und, naja. Und dann hat uns der Handsome Jack ja uns ein paar Roboter auf den Hals gehetzt und uns dann in der Falle gelockt. So, da war doch gerade was gewesen. Was ist gerade runtergefallen? Ha, ha, ha. Nein, nein, nein. Hallo? Jetzt ist es wie? Jetzt ist es nun? Nun ist ich ans Weg. Hm, hm, hm. Da war es ja. Ich mach Ihnen einen Vorschlag, Lady. Ich weiß nicht mal, wie ich Sie anreden soll. Sie erzählen mir, warum Sie so aussehen, als wären Sie in einem Bandschleifer gelaufen und ich lass euch alle gehen. Mein Mann hat mir einen Skate-Perlenring geschenkt. Die Perle hat Hunger verursachende Pheromone freigesetzt. Oh, was soll ich sagen? Das tut mir echt leid. Verzeihen Sie, dass ich... Wo ist Ihr Mann jetzt? Er ist tot. Das bricht einem ja das Herz. Aber jetzt haben Sie wenigstens was mit Ihnen gemeinsam! Oh, ja, der Miss Pierce ist ja aus dem ersten Teil. Für die haben wir da im ersten Teil so Forschungsbücher gesammelt. Von den Skaggs. Und ja, Handsome Jack hat es jetzt auch erschossen. Handsome Jack scheint wirklich ein richtiger Fiesling zu sein. Der uns hier das Leben auf Pandora schwer machen wird. Aber den werden wir noch früh genug zur Rechtschenschaft ziehen. So. Meine Fresse! Hast du Ihren Kopf gesehen? Wie er so... Wahnsinn! Wilhelm, töte diese Wilden. Zerstoffen! Handsome Jack hat sie umgebracht, oder? Was für eine Klammer. Bring mir die Echos bitte her, wenn du dich dazu in der Lage fühlst. Ja, sicher mag ich das. Sir Hamrock. So, was kriegen wir denn dafür? Oh, eine Pistol. Hm. Hm. Aber jetzt wird hier nichts Brauchbares dabei. Hm. Da komm, ich werd mir die mal nehmen. Nochmal gucken. So, jetzt machen wir erstmal die Symbiose-Quest. Machen wir jetzt. Nicht gehen nach Sanctuary, sondern... Ich möchte gerne die andere Mission machen. Und zwar die Symbiose. Wo müssen wir denn dazu hin? Wir müssen da unten hin. Okay. Aber die Steine, wo wir schon mal waren. Oh, wir müssen ein bisschen Frühsport hier machen. Ein wenig Joggen. So. Unterwegs wahrscheinlich noch ein paar Typen abknallen. Ein paar Banditen. Gut, dass man hier keinen Fallschaden bekommt. Das ist ja schon mal sehr nice. Ah, da ist ja schon der Erste. Den wir doch das Korn nehmen und... Erwischt. Na, da ist ja kritisch getroffen. Bam. Ja. Der Rest macht die Säure. Nachladen. Da ist ja noch einer. Ja, zwei. Quatsch. Oh, der lebt noch. Nicht doch nicht. Gut, dass die am Anfang noch nicht so gut zielen können. Die Bandidos. Wie Zero auch meinte, sind es Opfer. Opfer für unser Scharfschützen, der wäre. No, hier waren wir ja schon gewesen. Die haben uns auch nicht weiter fallen gelassen. Ich gehe jetzt auch nicht weiter suchen. Aber ich glaube, viel Interessantes liegt da wirklich eh nicht rum. Jetzt noch mal hier vorn hin Joggen. Baff ist auch nachgeladen. Perfekt. Hier sind ja auch wieder ein paar Typen hier. Die wir umnähten müssen. Mal den Weg freizuräumen. Da ist der Erste. Oh. Ach, Gott. Ach, shit. Oh. Zieh in das Alfte. Na, komm. Quatsch. Der ist auch weg. Der auch. Hm. Das hat die Granate gemacht. Friendly Fire. Patsch. Patsch. Laune nicht. Der oben ist noch einer. Und den nur um uns jetzt. Ja, komm. Daneben. Jetzt aber. So. Dann haben wir auch. Hm. Lass mich mal liegen. Die ist nichts wert. Mal kurz mal hier auf der Hälte gucken. Den kann man mitnehmen. Den kann man schön verkaufen. Das ist nicht so viel wert, das Zeug. So. Mal auf die Explosionsdings hier umschalten. Und und zwar hier die. Oh. Schnell geschossen. Der Fighter bei der Waffe ist, man braucht nicht so genaue Zielen. Weil der Explosionseffekt hat. Und wir haben auch einen Superschild. Das ist auch einiges an Schaden abwärts. Hoi. So. Ja, also Exklusivwaffen sind nicht so präzise wie die normalen Waffen. Leider. Aber die hauen auch ganz gut Schaden raus. Wenn man mit ihnen gut trifft. So. Flupp. Mal eben hier ein bisschen rum. Suchen, was denn so liegt. So. So. Jetzt sind also die Viecher rausgekommen. Jetzt gehen wir halten das nächste Gebiet. Und da machen wir mal eben diesen Mutanten da kaputt. Was haben wir denn hier? Speedy Shields. Speedy Shields. Na. Alles klar. Jo. Ein Schnellreisesystem. Ja. Mal gucken. Was uns da erwarten wird. Und ob wir den auch gut besiegen. So. Oh. Einen Token habe ich da noch nicht gekriegt. Oh. Da wollte ich hin. Ach. Bis ganz unten müssen wir also laufen. Gut. Moment. Da gibt es ein Automat. Gebt deine Spenderorgane bitte in den Behälter dort unten. So. Die verkaufen. Dafür haben wir mal dieser. Das verkaufen wir auch. Jetzt sind wir ja auch schon fertig. Und ich tausche mal eben die Waffe aus. Ich möchte gerne jetzt mal diese benutzen. Alles klar. Als Sidearm zu meinem Scharfschützengewehr. Wollen wir mal irgendwelche Viecher uns zu nahe kommen oder so. Dass wir die damit ausschalten können. So. Da habe ich gerade wieder einen Skag gesehen. Das ist kein Skag. Das ist ein Bullimon. Na komm her. Schön ins Gesicht schießen. Ups. Der hat aber gesessen. Oh. Sterbstes Sidearm umschwenken. Auch nach Land. Das war ja eine gute Schussfolge. Das ist eine gute Schuss. Da kriegst du die Waffe. So. Das sind wir kleine Hunter-Schnuzzi. So. Wieder aufs Scharfschützengewehr und nachladen. Perfekt. Jo. Oh. Noch 18 Schuss. Munition sieht ein bisschen knapp aus im Moment. Aber da werden wir... Da fangen wir auf 4000 Dollar. Dann werden wir mal... Moment. Was lag denn hier? Ah. Na Schrotflinte. Können wir mal mitnehmen. Obwohl man... Ups. Obwohl ich die ja nicht so gerne benutze. Aber... Wird uns bestimmt auch weiterhelfen. So. Ups. Jetzt fahren wir mit der kleinen Tram. Über die Dinge hier. So. Ja. Die Folge wird etwas länger werden. Ich hab mir überlegt, ich mach mal... Eine Quest pro Folge. Okay. Jetzt haben wir aber fast zwei gemacht. Ich finde, das ist immer ganz in Ordnung. Da sieht man ja auch ein bisschen was vom Spiel. So. Weiter geht's. Und die Brücke. Oh, da hinten ist wieder einer. Den schalten wir nämlich schnell aus. Genau. Bleib schön sitzen. Und... Patsch. Blattschutz. Oh, und kurz haben wir Shotgun. Schnell nachladen. Ah, da ist auch einer. Patsch. Ja. Das ist auch ein super Schuss. So. Dann haben wir auch ausgeschaltet. Schnell nochmal nachladen. Äh, kurz mal. Ja, okay. Das war eine Save-Station. So. Jetzt müssen wir das irgendwo finden. Das haben wir auch. Schön viel Geld einsammeln. Okay. Das haben wir voll. So. Ja, wie schon erwähnt, äh, wird der hier auf, ähm, als Scharfschütze geskillt. Damit wir schön aus weiter Entfernung sehr viel Schaden richten können. Okay. Das hab ich geschossen. Ja. Dann hat's auch gut zerlegt gerade. Moment. Ich hab doch da gerade eine Elementarwaffe aufgesammelt. Perfekt. Sehr effizient gegen Fleisch. Okay. Nehmen wir die. Schön, dass du siehst. Also, ich hab's geschaltet. Ah, ich verbaut auch zwei Schuss. Ups. Okay. Unser Schild lädt mal auf. Wo denn? Ah, jetzt in der Toilette. Wahrscheinlich mit irgendwelchen Sachen drin. So. Und die mal aufmachen eben hier schnell. Blub, blub. Was haben wir hier drin? Hm. Elementarwaffe. Noch eine Elementarwaffe. Oh, mit Explosionsschaden. Die auch. Okay. So. Ich hoffe, wir finden auch bald mal ein neues Scharfschützengewehr. Der hat's erwischt. Den auch. Okay. Kurze Waffe wechseln wieder. So. Der mit 10 Schuss im Magazin. Was? Das war's. Nein, es stinkt. Ich darf nicht hungrig sterben. Nein, Stress. Weiter. Das war einer. Jetzt nicht mehr. So, komm. Hallo. Okay, haben wir auch. Ah, cool. Schafschutz-Mulizium gefunden. Wo ist denn der? Erwischt. Da wurde das schöne Luftgeherr von 2. Gas-Tanks. Der kleine. So, Schafschutz-Gewehr ist nachgeladen. Perfekt. So, da liegen noch Sachen rum. Die nehmen wir mal hier mit. So, wir haben mal schnell die Abkürzung genommen hier. Okay. So, wir haben noch ein Maschinen-Gewehr. So, wir haben ein Stürmgewehr gefunden. So. Jetzt suchen wir uns mal den Boss. Finde-Bullimung-Reitenden-Zwerg. So, wir haben noch mal kurz alles mitnehmen. Hm, jetzt lassen wir mal liegen. Das Schild. Moment, das haben wir hier noch so. Wir müssen Munition sammeln. Da ist nix drin. Okay. Der müsste ja dann... Wo müssen... Ne, unten drunter waren, glaube ich, Verkaufsautomaten. Pizzar. Moment, ich habe auch an, keine Ahnung. Flup. Oh, natürlich nix getroffen. Batsch. Hä? Oh. Na. Das ist ein Deckung-Gang zum Nachladen. So. So. So, komm her. Oh, Rauda. Oh, ich denke mal, das war es hier auch. Da lehnt man so eine Kiste. Ich hoffe mal auf ein neues Scharfschützen gewerten. Nur Schilde, die aber nicht wirklich besser sind, als... Was ist das, was wir haben? Können wir mal dran. Gucken wir mal, wie viel Platz wir in den Tau noch haben. Okay. R2 könnte man mitnehmen. Oben ist, glaube ich, ein Verkaufsautomat. Sondern sollte da einer sein. Gehen wir mal schnell nachschauen. Wir müssen eh noch zu suchen. Triple X. BAM. So. Den haben wir auch liquidiert. Ja. So, 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 so. Tach, der hat sich ja verschluckt. So. Toilette übersehen. Mal schauen, was da so drin ist. Nichts, was wir brauchen können. Oh, der Inventar ist eh voll. Oh, da wäre noch ein Tank gewesen. So. Wo sind die verdammten Verkaufsautomaten? Wo sind sie denn? Da ist noch eine Toilette. Was war denn da dran? Munition. Sonst nichts Interessantes. Aha. Also hier komme ich wahrscheinlich da rüber. Wo ist der denn? Die Pfeile sagen noch da. Okay. Hm, hm, hm. Mal doch vielleicht mit den Dingen hier fahren. Okay, auf jeden Fall habe ich gerade irgendwas angemacht. Ah. Gut, der ist er ja auch schon. Ach, welch verblüffende Symbiose. Zweitündliche Kreaturen kooperieren, um in dieser rauen Welt zu überleben. Und der Zwerg sieht wie ein kleiner menschlicher Rucksack aus. Das ist lustig. Und da haben wir ihn erwischt. Der Zwerg. Wie ist das? Der Zwerger in der Zwerge Ah, Mist. Kennt man am Leben. Er kommt halt da. Jetzt verpasse ich dir mal ein paar. Ja, komm, komm, komm. Ah, perfekt. Neue Stärke. Okay. Au, au, au. Da schießt er nach der Exklusiv-Muni. Oh, toll. Genau in dem Gastank. Oh, ganz erwischt. Oh. Wo ist der Kurzer? Wo ist der Kurzer? Ja. Wo ist der Kurzer? Ja. Na, wo ist er? Komm her. Stell dich. Oh. 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 Oh, wer hat denn vida Dee ausgedruckt? Oh. 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 Das ist nix, was ich jetzt unmittelbar gebrauchen kann. Ich kann heute nicht zielen. Baps, erwischt. Komm her. Stille nachladen. Komm, geht kaputt. Will der Bullimon. Erwischt. Rundbevoll. Dieser Tumult war ausgesprochen hilfreich für meine Studien über die Sozialstrukturen der Bullimons. Wäre rasch zum schwarzen Bremsung. So, haben wir es auch noch geschafft. Den haben wir ja besiegt. So, jetzt gucken wir mal, was er gedroppt hat. Hm, eine billige Knarre. Hm, eine Pistole mit Explosivschaden. Hardhandgun. Hm, aber leider ist das Inventar voll. Mal gucken, ob man den Jünger 6 schmeißen kann. Was billig ist. So, zum Beispiel die hier. Hm, nein. Rettemossers, genau. Fallen lassen. Die nicht, dann nehme ich lieber die hier mit. So, und wir haben auch einen Talentpunkt bekommen. Den packen wir natürlich in unseren Scharfschüttenzweig. Okay, ähm, ja. Da machen wir natürlich dann hier rein, ne. Da haben wir dann schon 3. Und machen wir mehr kritischen Trefferschaden. Lass wir hier runterkommen, ne. Bams. Haben wir. Jo, darf ich sagen, da mache ich jetzt auch einen Cut mit der Folge. Hatte ich mal Waffe nachgeladen, hab. Und wir sehen uns an der nächsten Folge wieder. Wir bleiben dort und sagen, gehabt euch wohl. Schaut euch meine Videos an. Bewertet sie. Und hinterlasst mir auch Kommentare. Weil Kommentare freuen mich immer, wenn ich welche bekomme. Oder... Könnt man auch Anregungen, äh, Kritik auch sagen. Was euch stört, was euch gefällt. Also ich versuche immer, die Qualität immer beizubehalten. Wenn euch das jetzt so gefallen hat, nochmal als Anmerkung, dass ich jetzt, äh, immer eine Mission, einen Part mache, dann lasst mir das wissen. Ich kann auch längere Parts aufzeichnen, wie der es mögt. Sagt's mir einfach. Also, bis zur nächsten Folge. Euer Stoney. Und ciao!